af3 sagt es doch gleich mann ja wir haben doch mit zwei drücken weil sonst ist die aufnahme unterbrochen das war nicht mal richtig gut ja stirb ich bombardier euch nur mit granaten ist richtig die als richtig okay jawohl danke und jetzt wieder zurück ich bin zu den hagen zurück aber natürlich denn ich bin was aber ist er von kunst und zufriedenheit von 1 und 1 natürlich nicht den ganzen müll in deiner infantei ist genau das müll ist genau das müll vergisst schwul ok ja ich bin ich bin so fröhlich ich bin so wo ist das fahrzeug denn noch hier hin was vorher da war ich bin so ich bin so freut ich bin so für dich fröhlich ich bin so fröhlich fröhlich ja turbo turbo jawohl jaaa ok ok jetzt geht es erstmal rund hier ähm jawohl jaaa jaaa äh ich bin sliding jaaa jaaa ok passt geschafft ähm tan lalalala tan lalalalala tan lalalalala tan lalalala tan lalalala tan lalalala wieso brennt da hier wieso ist da blut was ist hier geschehen wurde diese siedlung etwa angeriefen das weiß ich nicht so perfekt eingeparkt Hallo Dan Verkäufer, schau bei Herrlich vorbei, bei Verkäufer in Hager Siedlung. Er kauft alles, was du so aufsammelst. Aha, interessant. Das ist kein Problem. Du hast mein Leben gerettet, mein Kumpel, mein Freund. Wenn du mir noch einmal hilfst, bekommst du von unserem Mechaniker einen eigenen Buggy. Wie sieht's aus? Einen Buggy ist ja geil. Brich aber erst auf, wenn du alles dabei hast. Munition, Wingsticks. Fehlt was? Frag Herrlich. Er ist gleich unter dem alten Schild da draußen. Jawohl, einen eigenen Buggy. Geil. Hallo. Bitte beeil dich mit der Ausrüstung. Danke. Gerne, gerne, meine Dame. Super. Ähm, apropos, haben wir jetzt eigentlich... Wir haben doch solche Auf... äh... Rüstungen bekommen. Kann man die nicht irgendwo... ja, ähm, ja, aufrüsten? Aha, so schauen wir alles so aus. Wir können... können ja doch uns aufrüsten, oder nicht? Aha, das ist nun die normale Statistik. Da ist, äh, hier ist also unsere ganzen Aufträge. Unsere Waffen. Interessant. Aha, da kann ich, äh, Sachen bauen. Wie komisch ist denn das jetzt? Ich kann da gar nichts, ey. Die blödes... ähm, leuten, okay. Die blödesen, darfst nun. Oder kann ich da... Mensch, ist das für einen eigenen Knopf? Äh, den ich drücken muss, damit ich... Äh, ja, gedöhnt, egal. Ja, äh... Ja, es gibt ja... Sieht, habe Pistole, stundals trocken. Aha, 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 aha... ninguna, aha, genial. Okay, klar. kann ich da schade ich muss wieder mit meinem bagi oder blödsinn okay geben wir uns mal beim herrlich vorbei bestimmt hat er was neues für uns hey partner lust ihr meine waren an zu halten kann ich dir vielleicht helfen auf jeden fall sollten wir das hier kaufen weil das ist extrem gut wenigstens objekte verkaufen so darauf wäre es wohl ihr sport flaschen bücher und sehr stofflappen sollten wir noch behalten okay wir sehen uns munition reicht dabei kann man die hallo kann man die hälfte aha verstehe jetzt kann ich besser ziel das ist gut hatte man dieten wir wurden angegriffen als zu weg warst konnten sie zwar zurückschlagen aber es trotzdem viel kaputt ja es glaube ich ziemlich gerne apropos hey der typ ist nicht mehr da der uns vorher so gemobbt hat ist ja das nicht keine ahnung egal will ich auch nicht wissen okay ja weil ich bin der street fighter jahrelang egal egal okay es geht erst mal los lande 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 werde noch schlechter mal da aufnahmeschluss machen oder was weiß ich nichts hier ich bin der coole Hallo. Freunde. Hallo. Ähm, okay. Hallöchen. Okay. Hallo. Zu Richter, okay. Ich verstehe. Das muss jetzt wahrscheinlich der Typ sein. Dan hat sich also wieder mal Ärger aufgeheizt. Tja, die Liste muss Janus sich mal ansehen. Geh schon. Sie ist da oben. Gib ihr die Nachricht. Aber danach komm gleich zurück. Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Okay, mein Freund. Gehen wir gleich weiter. Hallo. Hallo. Du musst einer von Dan's neun Jungs sein. Was brauchst du denn? Ach du Scheißhausen. Das ist doch ja komisch. Boah. Boah. Okay. Seit ein paar Tagen ist Juno spurlos verschwunden. Einer unserer Jungs. Ich fang langsam an, mir Sorgen zu machen. Wie wär's, wenn du dich nach ihm umsiehst, während ich dein Zeug zusammensuche? Wenn du auch nur die geringste Spur von ihm findest, schenke ich dir mein Rezept für Heilbandagen. Würdest du das für mich tun? Aber natürlich, denn ich bin Marcel Labis von eins zu eins. Leider Kundenzufriedenheit von eins zu eins. Egal. Ähm, ja. Ich glaub, der Typ wollte noch etwas. Hey, Fremder. Deine Waffe da wird dir keine besonders große Hilfe sein. Ich könnte dir was Besseres besorgen. Hilf uns. Dann geb ich dir eine richtige Wumpf. Oh, das freut mich. Unser Funkturm auf dem Hügel funktioniert nicht mehr. Jemand muss ihn reparieren. Wahrscheinlich nur falsch justiert. Reparier ihn. Dann schenke ich dir eine Schrotflinte. Hab gemacht? Aber natürlich. Der Typ darf Marcel Labis sein. Der Typ darf vielleicht am... Egal. Ich darf nicht so oft Marcel Labis noch machen. Okay. Ja. Ich glaub, das wär's am Wolf. Für die erste Aufnahme. Deswegen sag ich auch mal, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Labis. Leiter von Kunst und Zufriedenheit. Von eins zu eins. Nee, Spaß. Spaß bei Salva. Bis dann, Leute. Euer Kassal Pi hier. Tschüss.